Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tech World. Ja, gleich wieder direkt nach dem Ende der anderen Folge. Wir haben in der letzten Folge, wer noch nicht zu Ende geguckt hat, noch eine schnelle Zusammenfassung. Die Badbox in der letzten Minute, letzten Sekunde, wie auch immer, der Folge richtig herum diesmal gemacht. Das heißt, hier die produzierte Energie geht direkt in die Badbox rein. Die wird hier gespeichert und geht dann in den Matherator. Daher kommt halt der Electric Furnace und der Extractor, oder umgekehrt. Ich glaube aber erst kommt der Electric Furnace und dann kommt der elektrische Ofen und dann kommt der Extractor. So, in dieser Folge würde ich jetzt gerne den elektrischen Ofen machen. Da, der elektrische Ofen, der wird gemacht aus einem Electric Circus, also ein elektrischer Schaltkreis auf Deutsch übersetzt. Okay. Redstone und einen eisernen Ofen. Haben wir alle schon gemacht. Das heißt, wir bräuchten jetzt Eisen. Eisen, 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 Eisen. Ich muss noch eine Nähere reintun. Ich habe noch ein bisschen Kupfer. Ja, genau. Eisen. So. Ich glaube später werden wir noch einen zweiten Matherator bauen. Der kommt dann hier oben drauf. Vielleicht auch noch einen dritten. Das weiß ich noch nicht so genau. Ähm, weil ich das ja erst ein bisschen alles eintun. Ich werde jetzt mal kurz gucken. Okay, ich habe vielleicht ein bisschen viel Simplates gemacht. Aber die kann man immer noch ja noch mal aufbauen. Die tue ich dann hier rein. Da haben wir nochmal 10 Teile, genau. So. Kupferkabel, alles drunter. Hier haben wir jetzt noch insgesamt 26 dieser Teile. Da kann man noch mal rein machen. So, das kann man da rein tun. Das kann man da rein tun. Dann fangen wir schon mal an mit der Electric Blue Circuit. Sie kommen dann da hin. Da oben kommen die Kupferkabel hin. Da haben wir schon mal zwei. Seine Meter kommt ja Iron Plate hin. Die ist aber auch hier schon drin. Genau. Genau, das haben wir. Und dann das, das, das. Und da brauchen wir noch ein bisschen Iron. Guck mal, hier müssen wir ja... Guck mal, hier haben wir was drin. Ich tue schon mal die Iron Plates von da, da rein. Weil die haben Vorhang, beziehungsweise ich tue die Iron Plate, lass die da. Ich meine... Ups, das war ein Leck. Und äh, wir wollen mal Tin. Und da haben wir jetzt noch ein bisschen... Ähm, davon läuft der noch. Und da und da und da und da und da und da. Mhm. Ähm... Tin brauchen wir ja nicht mal mehr so viel. Dann werden wir jetzt da Eisen rein tun. Tin haben wir erstmal genug Baren. So. Da haben wir ein bisschen Bronze. 2,4 hat anscheinend. Ist auch nicht schlimm. Da haben wir ein bisschen Gummi. Hier Gummi kann man natürlich hinbehalten. Die Kabel tun wir da rein. So. Und das tun wir auch da rein. Mhhh... Copper Cable. Genau. Ähm, Leck. So, da haben wir. Da haben wir die Copper Cable. Das heißt, wir müssen da jetzt raus wieder... Plates machen. Machen wir hier mit. Oh, das ist aber auch nicht mehr so. Oh, mal kurz. 28 Mal, dann müssen wir einen neuen bauen. Das ist aber kein Problem. Das müssen Eisen und ein paar Sticks für anders, glaube ich. Oder ein bisschen Tin. Eisen. Auch irgendwas. Ich glaube, das war Eisen. Mhhh... Kupfer, genau. Nehmen wir mal so viele. Erstmal... Den schneiden wir hier wieder zurecht. Ich glaube, ein paar zu viele, aber das ist nicht schlimm. Wenn wir da auch... Jetzt haben wir eben nur Copper Cable zumindest schon mal. Ich kann mal den Electric Circuit jetzt bauen. So. Und so. Und der Iron Plate. Da haben wir noch mal den Electric Circuit. Und er kommt von daher jeweils hin. Das Eisen. Aus dem Eisen machen wir jetzt wieder. Alter, das ist ein einziges Craften. Daraus machen wir jetzt... Da ist Iron. Aus dem Iron machen wir jetzt wieder, ähm... Iron Plates. So. Das war, glaube ich, eine einzige zu viel. Oder zwei zu viel. Das ist aber nicht schlimm. Iron Plates brauchen wir immer mal wieder. So. Und dann tun wir den... Ähm... Brauchen wir noch mehr Iron Plates, weil wir jetzt noch einen Ofen brauchen. Hm. So. Den Ofen. Da müssen wir jetzt wieder Iron Plates drum machen. Das heißt, wir brauchen jetzt noch ein paar Iron Plates. Äh... Auch ein Eisen mehr. Gut, das ist jetzt noch ein Mesurator drin, glaube ich. Genau. Eisen. Ich tue mal da rein. Wieder ein paar Kupfer. Irgendwie ist die Textur sehr... ...dunkel. Das Eisen. Nach dem... ...Crashen. So wie das Kupfer. Letztendlich verwechsel ich das immer so ein bisschen. So. Das könnte man eigentlich auch mal aufteilen. Kann dann auch hier auch noch was hin. Dann geht's doppelt so schnell. Hm. Das kann da hin. Ich weiß nicht, was das für eine Scherbe ist. Wie auch immer, dass ihr hier einen Dungeon gefunden habt, ne? Ja. Und ähm... Davon noch ein bisschen Kupfer. Da was rein. So. So, da haben wir hier noch ein paar. Daraus machen wir jetzt wieder diese... Plates. So. Davon haben wir jetzt genügend. So. Dann haben wir jetzt den Ofen. Ähm. War das so? Ich guck nochmal nach. Ne. Pff. Copystone. Bin ich blöd. So. Der Redstone. Rechts und links. Und da oben den elektrischen Schaltkreis. Und schon haben wir den elektrischen Ofen. Und den tun wir direkt daneben. Dann werden wir das wieder verbinden mit Copper Cable. Und dann haben wir jetzt noch den elektrischen Ofen. Das heißt jetzt auch wieder elektrisch. Das heißt... Ja. Die Badbox, die ist voll. Das ist auch voll. Dann werde ich mal die Kohle rausnehmen. Nicht, dass die Kohle verschwendet wird. Und ja. Ich guck die Kohle brennt ja gleich mal weiter, ne? Wenn's voll ist, war da nicht irgendwie was? Also selbst wenn... Wir brauchen unter einer Woche gerade Strom. Ein Meserator, der jede Menge Energie verschlingt. Und führt den daneben liegenden elektrischen Ofen. Weiß gar nicht. Geht er schneller? Ist mir doch egal. So. Und... Und... Da haben wir... Eisen. Da machen wir den Meserator nochmal rein. Oh, dann tun wir das rein. So, ich glaube, das geht... So, hier noch ein Basic Machine Block. So, hier noch ein Basic Machine Block. Ah ja. Genau, für den zweiten Meserator, den ich bereits vorbereitet hatte. Ah, ich weiß nicht, wie er auf... Ne, das war die nicht. Ich darf hier nicht extra wieder auf... Ich muss nur für den Meserator auf Englisch umstellen. Oh, ich hab's glaube ich noch im Kopf. Brauch ich nicht auf Englisch umstellen. Hm... Blind... War... Da oben. Das war dahin. Und das war da und da. Das war aber noch. Das oder so. Ah, ne. Irgendwie... Da und da. Ne. Irgendwie war das. Ich glaube, wir wollen ja wieder eine elektrische Circuit oder irgendwie sowas. Hm... Oder ich stelle jetzt auch wieder auf Englisch um. Dieses Hin und Her Zwitschern hier ist mein... Ich glaube, ich lasse es einfach auf Englisch. Wahrscheinlich, wenn ich es in der nächsten Folge wieder auf Deutsch habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist warm immer noch. Jetzt ist es mittlerweile 22 Uhr. Und es ist immer noch wirklich sehr warm. So, und... Ach, hier unten kann noch ein Electric Circuit hin. Das ist gut zu wissen. Hm... Electric Circuit... Ich versuche es mal aus dem Kopf. Da, da, da ist... Ah, da habe ich noch eine Plate. Da, da ist... Da haben wir schon mal drei Copper Cable. Und ich baue gleich mal eine zweite Workbench. So, und der dritte auch gleich noch mit. Tun wir erstmal. Erstmal da und da hin. So, tun wir das so hin. Ach ja. Bestäppig hätte keine Workbench dafür gebraucht. Aber egal. Ich glaube, der geht jetzt sogar kaputt. Ne, der hat immer noch... Sechs Stück. Gut, dann tun wir das da hin. Dann tun wir das da hin. Und das da hin. Ich habe jetzt ein paar mehr gemacht. Weil wir eh noch ein paar noch immer Copper Cable brauchen. Wir müssen hier erstmal Copper Cable machen. So. Und das kommt da hin. Jetzt haben wir wieder ein Electric Circuit. Diesen Electric Circuit. So. Jetzt kommt das da hin. Das da hin. Das da, da hin. Da unten kann man das Electric Circuit tun. Genau. Jetzt haben wir unseren zweiten Meserator. Den geht alles sozusagen doppelt so schnell. Auch wenn wir mehr Energie verbrauchen. Da müssen wir nicht so lange drauf warten. So. Er ist auch im Stromnetz. Wie sieht das hier aus? Sie ist auch da. Dann können wir gleich wieder Kohle nachlegen. Ich... Ja. Ich werde dann jetzt auf... Ich glaube, ich werde erstmal auf Kohle bleiben. Bis mein Dach fertig ist. Weil dann werde ich auf dem Dach nämlich Solarzellen drauf tun. So. Ah, da ist er schon geläftet. Schade. Gut. Ähm... So. Tun wir dann... Tun wir mal die Hälfte da von... Erstmal lassen wir mal da laufen. Erstmal brauchen wir das ja nicht. Mh... Lassen wir als nächstes brauchen. Extractor, genau. Den sogenannten Extractor. Wir haben dann wahrscheinlich die Bäume. Die Stämme des... Des... Gummibaums. Ähm... Da, der Extractor. Wenn wir dann wieder einen so einen Block brauchen. Einen Rectric Circuit. Und dann brauchen wir 3 Traps. 4 Stück. Gut, das merke ich mir. Das ist kein Problem. Ähm... Genau, aber wir müssen mal diese Pläte machen. Am besten mache ich gleich schon mal einen neuen Hammer. Weil der ist ja auch gleich... Einmal reicht. Der ist ja auch gleich kaputt. Der ging glaube ich so... Genau. Mache ich den jetzt erstmal kaputt. So, und da ist der kaputt. Ich weiß nicht, das reicht noch nicht. Und wir müssen jetzt einfach schon den neuen nutzen. So. Noch einen. Electric Circuit. So. Wenn wir jetzt erstmal den Block haben. Der kam dahin. Ne, kam einen höher. Darunter kam jetzt der Electric Circuit. Das ist nochmal in dieser Workbench. So. 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 Da ist mein elektrischen Schaltkreis wieder. Der kommt da drunter. Jetzt machen wir die 3 Traps. Da brauchen wir ein bisschen... Da brauchen wir ein bisschen Holz. Die gingen wie ein Wasserhahn. Genau. Das ist ein altmodischer Wasserhahn. Ich glaube so ein Wasserhahn hat glaube gar keiner mehr. Oder hat irgendeiner von jetzt noch so ein Wasserhahn zu Hause. So. Wir haben... Wir haben solche modernen Wasserhähne. Immer so einen mit Drehdingen oben drauf. Haben wir nicht. Ja. Der Extractor ist auch fertig. Da hat... Wenn man einmal die Materialien hat, dann geht das... Geht das richtig schnell. So. Haben wir noch Energie. Energie haben wir noch. Da geht die Energie langsam her. Da müssen wir gleich Kohle nachschmeißen. Dann werde ich jetzt erstmal die Bäume... Wo sind sie? Da. Dort rein tun. So. Jetzt Extract. Der ist da raus. Verpiss ich, du dummes Ding. So. Ich habe nicht darauf reagiert, weil ich eh wusste, dass der mich nicht umbringt, weil ich genügend Herzen hatte. Und... Ähm... Ich hatte kein Schwerz unten in der Leistung. Und... Ich habe eh nichts kaputt in der Umgebung. Ähm... So. Als nächstes würde ich sagen... Gucken wir jetzt mal... Ja, machen wir als nächstes. Ich würde sagen, wir wollen so ein Haus bauen. Brauchen wir diesen Stein, dann müsste ich wieder fahren. Genau. Ich habe eigentlich jetzt keine Lust mehr. Und gucken wir nach Energien. Verständlich Energien. Wir könnten ja... Also Solarenergie hätte ich vorzumachen. Ich hätte doch vorhin, Solarenergie zu gehen, würde man in der Wirtschaft sagen. Und... Ähm... Ich habe vor, in der Solarenergie zu investieren. Und ja... Mh... Dumm... 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 Also, was ich bereits mitbekommen habe, ist, dass hier auf dem Server Turtles verboten sind. Das habe ich Ihnen auf den Euren betrieben. Liegt daran, weil, ähm... Die Turtles, ähm... Die Grief Protection, also die Grundstücksprotection, umgeht. Und dafür könnte man, da könnte man aus Versehen, oder mit Absicht, Griefen. Deswegen sind sie erst mal verboten. Die normale Query genauso. Stattdessen gibt es eine Ender Query. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Das ist auch richtig kompliziert. Da braucht man recht viele Ender Perlen. Deswegen sterben auch hier die ganze Zeit Leute an Endermans wahrscheinlich. Und ja... Da haben wir Rubber. Da haben wir Iron. Noch genügend Strom da. Ja, noch genügend da. Mh... Ich habe mir jetzt gedacht... Ah, genau. Ähm... Gibt es die Longfallboots, wie in Flippiest? Ähm, mit O natürlich. Moment, ich google mal ganz kurz. Ich hoffe, mein Event... Ich hoffe, dass... Ähm... Das sehen die Aufnahmen abstürzen. Ich hoffe, mein Leben... Ich hoffe, mein Leben... Ich hoffe, mein Leben... die langen vorwurz gibt es hatte wort ich in die an das ist ja schön dass man irgendwie wenn man hier drauf klickt irgendwie gar nicht angezeigt kommt jemand herstellt überhaupt nicht irgendwie blöd wenn ich das auf den kund ich würde gerne wissen wie man das herstellt obsidian war das genau gibt es die quantum sachen scheint nicht so so verpackt irgendwie interessiert mich nicht ich musste ja hier die einzigen boots hinbekommen und mannacken weil wir sind auch obsidian und dir das ist beides nicht gut gucken wir mal nach guck mal in die zukunft ein normales solar array so ein normales solar panel genau da brauchen wir zwei electric circuits ein generator und coal dust und glas so müssen wir erstmal ein bisschen holen wir die coal hier raus wir werden erstmal coole nachwerfen im generator ähm so aha so wenn wir mal nachwerfen ja wir werden erstmal jetzt ein bisschen den boden hier ausfüllen dann fangen wir jetzt mal den hausbau an auch wenn ich da noch nicht dieses jeweilige material habe diese leimen leimen limestone oder so weil ich erstmal werde ich dann bald farmen gehen aber natürlich werde ich das dann ein bisschen limestone werde ich oscrim farmen gehen ich weiß nicht ob ich es heute noch mache ich kann es euch nicht sagen meine es ist 22 über 17 ich muss morgen wieder in die schule die letzte volle woche die letzte volle woche bevor dann nur noch drei tage schule ist in den enden sind ferien endlich ist auch das schuljahr geschafft und denken zur ferien und dann werde ich mal gucken was ist denn schönes mache alles ja was ist das denn solch ein dice geholt pff keine ahnung so hier wird dann alles schön ausgehört hier wird dann werde ich nicht weitermachen sonst kommt der creeper rein beziehungsweise ich werde dann wahrscheinlich höher gehen vielleicht werde ich bis hier hingehen und werde dann eine etage höher gehen dann kann ich schon mal mit koppelstons markieren da hat mein handy gebrummt geklingelt wie auch immer kann ich auch noch treppen machen kann ich auch noch treppen machen kann ich auch noch treppen machen ne scheinen nicht so werde ich jetzt mal die leimstons als eingangshalle nutzen oder werde ich irgendwie hier andere materiale das haben wir da alles so ähm geht das um stone jede menge aber jeder jede menge wenn man hier noch die fahre haben wir ja jede menge verschiedenste materialien gesehen den schüttelst du hast man den denn gott 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 den kenne ich den kenne ich das ist ja diese diese schnelle den ofen wollen genau den ofen in den keller tun ein micro box gibt es auch noch alle alter weiter ich glaube das war der ofen was hier alles für blöcke gibt ja wie mache ich dieser liquid basil tea dingstens ja gibt es nicht das ist ein stone ist mir schon klar leck 0 fps gut ich werde kurz die offene unterbrechen müssen so habe ich auch schon wieder warum ich gerade 0 fps hatte ich weiß es nicht aber naja vielleicht lag sagen wir jetzt die festplatte über die hälfte voll ist ich weiß es nicht jetzt habe ich immer irgendwie nicht über die hälfte voll ist alter was ist hier alles für aus welchem modpack ist denn das kann ich das wenigstens rausfinden aus dem zwingsmobile müsste jetzt auch daraus sein das sieht eh nicht aus das sieht aus dem modpack das ist alles kompliziert nee 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 ja gut ich werde mich darüber informieren über den ofen ähm ja über diese schnellen steine wie am spawn ne ähm ja oder der macht fleißig der extractet fleißig der produziert fleißig und der speichert fleißig ähm wird nicht benutzt kann man den nochmal benutzen so der ist gerade voll geworden dann tun wir den jetzt da rein so wie fällt gerade aus da haben wir ja schon wieder recht voll das ist auch schön hm hm wenn wir hier hoch gehen wenn wir hier so eine etate wenn wir hier erstmal die treppe haben aus welchem materiell die treppe ist weiß ich noch nicht das ist jetzt erstmal das gerüst da kommt dann die treppe drauf wenn wir auf die höhe kommen werden dann halt dort hinten stimmt wie weit ist denn jetzt mein grundstück wie kann ich ihn jetzt vergrößern 207 okay das dauert noch ein bisschen ähm creeper moment moment ich möchte dich kurz töten wenn du nichts dagegen hast aber du hast die goldschaffel weg so na gut der explodierhalt ist mir auch scheißegal ich habe keinen schaden bekommen meine umgebung hat auch keinen schaden bekommen also whatever ja ich würde dann erstmal so meine küchenzeile hinkommen erstmal bis dann jetzt das in den keller rein geht ich glaube hier werde ich dann noch die kellertreppe runter machen ist auch keine schlechte idee ja da wird es hier wieder nicht etwas höher gehen wenn wir dann hier auf der richtigen höhe sind wenn wir dann auf der richtigen höhe sind ja ähm das ist dann schon die höhe die dann der nächsten etage ist welches material weiß ich nicht ähm es gibt ja so viele stones das wäre so kann man richtig schön experimentieren aber ich könnte auch diese stones hier mit der säge durchschneiden die schneiden da muss man eine streppe machen da müsste ich dann aber anders denken weil wenn dann dort ein half step drauf kommen dann kommt da wieder so ein voller hin oder und ich guck mal was mit half steps half step, half steps probieren wir mal was aus wir sind aber dort auf der hälfte dann kommt da wieder ein fetter stone ja das ist ja möglich da kann ich die einfach durchsägen stimmt der säge mal gucken die säge ging aber ganz einfach die war doch einfach nur äh jetzt weiß ich noch nicht ob es auf deutsch heißt alter säge aber was heißt denn säge auf englisch ja ich stell dir auf deutsch um diese ständige hin und her umstellen das ist schon nervig ich denke mal das finde ich auch nervig vor allem weil da noch jedes mal keine rückmeldung ist von minecraft bevor das dann wirklich umgestellt ist und naja whatever ist auch egal so jetzt sind wir auf deutsch jetzt gucken wir nochmal da ne säge das sei gar nicht so das ist auch egal das war irgendwie was anderes ne eisensäge und ich brauche wie macht man die denn steins steinsticks Schlatter Stein? Wollen wir damit einfach Cleanstone? Wahrscheinlich. Cleanstone machen, okay. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Komm, du bist erstmal unwichtig. 2 Cleanstones. Was willst du, hm? Was willst du? Was willst du? Komm, verpiss dich. So, ähm, ja. Dann mal das, dann mal das, und so weiter, und so weiter. Thema Essen ist noch kein Problem. Müsste ich aber langsam mal anfangen. Ja, wie ich anfange, weiß ich es noch nicht. Aber wahrscheinlich werde ich im Keller eine Farm haben von Kartoffeln oder Weizen oder irgendwie sowas. Da habe ich auch noch Kartoffeln. Dass ich Zombies töte. Zombies töten, ja. Die sind ja genug Zombies. Oder Karotten. Auch Zombies. Und ich höre euch doch, was seid ihr denn alle? Ich höre die ganze Zeit ein Knorren, aber ich... Boah, schließlich sind sie dann doch nicht da. Ach da, ja, jetzt kommst du, oder was? Ich will jetzt nicht im Garage rumkommen können. Halt, einmal jetzt Rottenfleisch mit Kartoffeln. Ah, also eine XP. Ah, das ist auch ein Zombie. Komm mal auf mich zu schlagen. Ich will kein Rottenfleisch, ich will eine Kartoffel. Oh, da muss ich aufpassen. Können die ganz leicht rüberkuschen. Ich glaube, die sind nicht so schlau. Meadowdrops ist ein Lederrüstung mit der Kartoffel. Ah, das war klar. Die verzauert. Die verzauert. Mit Schutz 1. Naja, okay. Brauche ich zwar nicht weichere Menge. Stahlhose. Die noch recht viel aushält. Knapp 53. Ja, die ist nicht schlecht. Die hab ich ja gefunden im Dungeon. Und Stahl ist ja hier gehärtetes Metall quasi. Und... Oh je, jetzt kommen die Skelette. Das ist ja nicht mehr so schön. Weil die schießen von weit nach so unfair. Mal kurz Essen holen. Ja, wo siehst du, der dumme Viech schießt schon. So. Den auch noch töten. Töffel. Okay. Auch noch roten Fleisch. Lass mal ein Expedit bekomme ich irgendwie so, ne? Wo ich nehm den raus. Hm. Muss doch raus, weil dann Zombies. Auch noch roten Fleisch, alter. Na gut, na gut, na gut. Mein Oberteil ist das kaputt. Mein Gold, mein Gold Oberteil, das hab ich ja auch. Ein Skelett geschenkt bekommen, netterweise. Boah, netter Skelett. Ich hab's so nachgedötet. Ja, ich meine... Oh nein. Ich meine... Wir haben mir schon Geschenke gemacht, dann sollen sie auch heile sein und nicht halb kaputt. Dann haben sie gedacht, ah nö, bring ich nur... Also hat der auch mal seinen Pfeil noch nicht geschlossen. War die auch nicht so nett. Was ist das da hinten? Was sind Sonnenstrahlen? Mit dem Kamin? Dann guck ich mal aufs Stream oder so, ich weiß nicht. Gut. Hm. Das heißt, das war's auch schön mit der Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst die Bewertung da. Bis zum nächsten Mal und tschüss. 成功 plötzlich wird es vielleicht dieохfeilige Platz. Das? Nee. Okay.